Wir treffen auf eine Mannschaft, die spielstark ist, zu Hause, denke ich, eine sehr, sehr gute Bilanz hat. Nichtsdestotrotz ist es so, wenn man unsere Lage sieht, dass wir gerade in den ersten Spielen doch mit dem einen oder anderen Ergebnis etwas anders gerechnet haben, ist es nun mal so im Fußball, dass man sich nicht immer alles so ausrechnen kann, wie man es sich wünscht. Untertitelung des ZDF, 2020